Kann immer eine Woche länger frei sein. Also ich beschwere mich nicht. Zumal im Winter ist es ja noch mal kürzer. Dann wieder. Ich bin ja voll dafür, dass es im Winter ein Break gibt und in zwei Wochen kannst du dich mal rumdrehen, also ein Stück weit in die andere Richtung schauen. Und im Sommer auch. Ich bin ja kein Freund von den englischen Verhältnissen. Das gebe ich ganz ehrlich zu, weil sechs Monate am Stück. Also mir reicht es durch Arbeiten irgendwie. Ab und zu mal einen freien Tag. Und von dem her freue ich mich jetzt total auf, wir sind jetzt in der Planung jetzt doch schon ein Stück weit anders als das letzte Jahr und Manuel ist ja schon da jetzt. Zum Glück Gulde. Und dann hoffe ich, dass wir mal zwei oder zweieinhalb Wochen einfach was ganz anderes machen können. Wir alle. Und der Fussball weg ist. Wenn wir Bock haben, schalten wir halt ein und schauen wir. Albanien gegen die Schweiz. Das schaue ich an. Am 11. Juni. Das ist klar.